Das macht so krass ein Schaden. Kein, das macht durch die durch den Blocken durch, macht die so viel Schaden. Das ist einfach mal die Dame. Das macht so krass. Das schaffen wir doch wohl. Jetzt kommt das Schwerste, ey. Ich krieg Türme nie kalt. Boah, das hab ich eben doch gesagt, aber... Das ist kein Schaden, aber ey. Ich werde mal meinen hinfilgen. Jetzt hängt er den ein bisschen... Nein! Nicht real. Ich spiele zwei Gingern. Ich spiele zwei Gingern. Stopp. Jetzt vollenden wir das Unvollendete. Und jetzt vollenden wir das Unvollendete. . ,, das 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 Alter, habt ihr das live gesehen von mir? Boah, ist das hart gewesen. Jetzt hat er mich wieder hier. Oh, nur noch zwei Pferde. Wir könnten jetzt versuchen, links einen Bauer durchzubringen. Vielleicht sollten wir einfach mal diesen Turm bewegen. Aber ich glaube, solange er sich daran festbackt, wir setzen ihn erstmal Schach. Ja, macht das König. Oh, die Dame, oh, die Dame bewegt sich. Ach so, sie holt sich den Ball. Oh, sie wird ja nicht mehr unterbrochen in den Angriffen. Oh Gott, ich dachte, war das hängt. Ist das Thema da? Das ist, glaube ich, die geilste Position. War eh sicher, damit den impf. Den impf und greif den da an. Boah, das war ein geiler Entwurf, oder? So, jetzt habe ich hier alle. Hier ist Gewalt. Ich kann jetzt einfach mal den hier schlagen, weil der ja gedeckt wird. Kann der König machen, wenn er will. Ist das wo irgendwie ein oder was ist das denn? Jo. Das haben wir Alter, langsam nervt das Und es laggt immer mehr Das ist echt geil, wenn die Moves im Slow-Multer sind So Wir machen jetzt eine Dame Wenn er die Dame angreift Och, ist ja nicht wahr Eins ging Und da ist noch eine gegenseitige Dame Wenigstens den Begleitschuss oder so hätte er mir hergeben können Wo sitzt da die Dame hin? Okay, dann sollten wir ihn jetzt schaffen Mach das mal Oh, jetzt habe ich schon wieder den Endkampf provoziert Das ist der Schalt Oh, jetzt geht's Oh, jetzt geht's Da kann ich aber auch mein Leben verlieren, ey, ich habe jetzt da gerade seine Armee geschrottet. Ja, da bin ich so etwas verloren. Es bringt doch nichts gegen den Imk gegen die Könige zu kämpfen. Ich kann ihn auch nur da schachsetzen und da wird mich die Dame genauso. Fick dich Leute. Wir sind so dritt gegen einen. Da wird einfach mal gemetzelt. Wie wir das schon oft getan haben. Jetzt holt er sich meinen, ja, aber klar. Da ist ne. Ach so, ich bin ja der Verteiler. Oh, das haben wir geschafft. Wir haben Verlust, aber wir haben es geschafft. Ich habe es eben schon mal geschafft, das dürfte nur noch die Dame sein. Ich habe jetzt hier mein Pferd vernichtet. Ach, scheiße. Oh, jetzt hat er keinen Life mehr. So, was bedrohte damit? Den Bauern und den Bauern und sonst nichts. Lass mal den Bauern hier weg. Aber das werden wir für uns schlecht schaffen. Sie macht seinen Flächenschaden. Ich nehme alles zurück. Okay, ich nehme doch nichts zurück. Der ist zu blöd, der Bauern. Schade. Ach, das muss ich auch noch zeigen. Der König ist so geil. Er nimmt den Stock und den Rechten wandert da. Er hat ja noch nicht mit ihm geschlagen. Ihr werdet das sehen, das sieht total geil aus. Ich muss eigentlich den König mal visieren. Hau ab. Jetzt machen wir mal den dann halt. So viele. So viele. Und ich mache das so. Und ich mache das so. Ich mache das so gut. Ich mache das along. und zwar. Was soll die Dame groß machen, außer Bauern schlachten? Ja, schlacht beim Bauern. Ne, sie zieht zurück. Ja, ist mir egal, dann schlachte mein Pferd. Sie steht dann natürlich perfekt, um den da hinten abzufangen, aber... Du kannst sagen, bis eben haben wir eher mehr Schaden. Oh, das ist nicht fair. Nein, du darfst nicht nochmal so ein AOE-Kassieren machen. Ja! Was auch immer mir das jetzt gebracht hat, war wahrscheinlich ein Zug mehr Zeit oder so. Jetzt gibt er mir noch ein Zug mehr Zeit. Ich bin so entspannt. Ja! Ja! Ja!